Hallo und herzlich Willkommen. Ich freue mich, Dich zu einem neuen 3D-Drucker-Malprojekt von mir begrüßen zu dürfen. Ich war schon als Kind ein riesen Fan von Terminator bzw. dem Design der Roboter. Deshalb konnte ich nicht widerstehen und habe mir ein Modell des Terminator T800 ausgedruckt. Das Modell stammt wieder einmal von Thingiverse und den Link findest Du unter dem Video. Der Druck Jetzt geht's los und ich werde Euch jetzt zeigen, wie ich den Kopf Schritt für Schritt bearbeitet und bemalt habe. Der Kopf ist ca. 18 cm hoch, der Sockel ist etwa 11 cm breit und das Gewicht des Kopfs liegt bei 287 Gramm. Die Layer Height lag bei 0,1 und der Infill bei 15%, was bei mir eine Druckzeit von stolzen 47 Stunden ergeben hat. Den Druck habe ich deshalb auch im Keller drucken lassen, wo der Lärm des 3D-Druckers niemanden stört. Wenn Ihr eine sehr glatte Oberfläche erreichen wollt, dann müsst Ihr das Modell mit Schmirgelpapier noch abschleifen. Ich empfand den Druck aber schon relativ sauber und gut und habe deshalb nichts abgeschliffen. Am Ende des Videos seht Ihr dann, wie das bei mir aussieht und ob man da noch Rillen sieht oder nicht. Das seht Ihr dann später. Dann könnt Ihr auch selber entscheiden, ob Ihr direkt nach dem Druck nochmal drüber schleifen möchtet oder nicht. Jetzt werfen wir aber einen Blick auf den Druck. Grundierung Im zweiten Schritt habe ich den Kopf mit dem Rest des Nigrin Haftgrundsprays grundiert. Das ist dieselbe Dose wie im Video vom Groot und der Fallout Nuke. Für den Kopf hat der Rest gerade so gereicht. Jetzt wisst Ihr auch etwa für wie viele Modelle bzw. für welche Fläche eine Dose ca. ausreicht. Sieht doch schon mal ordentlich aus. Das Modell hat allerdings noch einige integrierte Supports links und rechts von den Kieferknochen. Diese hätte ich besser vor der Grundierung entfernen und abfeilen sollen, was ich aber vergessen hatte. Mit einer Zange habe ich jetzt jeden dieser 6 Stäbe herausgebrochen. Mittig packen und etwas hin und her bewegen, alles löst sich. An einer Stelle hat es nicht so einwandfrei geklappt und da habe ich dann mit einer kleinen Pfeile hier noch den Rest weggefeilt. Es sind an einigen Stellen auch noch Filamentfäden vorhanden. Auch diese habe ich mit einer Pinzette entfernt, damit nachher alles sauber aussieht. Das war es auch schon vom zweiten Schritt und nach meinem kurzen Fazit sind wir jetzt bereit, die erste Schicht Farbe aufzutragen. Hier seht Ihr jetzt den fertig grundierten T800 und einige Stellen sind da noch nicht ganz vollkommen grundiert, weil mir währenddessen die Grundierung ausgegangen ist. Ich habe jetzt mit dieser einen Dose diesen Kopf hier grundiert, den Drachentürgriff, der noch folgt, den Groot und die gesamte Fallout Nuke. Alle diese vier Modelle wird es wieder als Videos geben. Ich weiß noch nicht in welcher Reihenfolge, aber dafür hat die Dose eben gereicht. Das hat ja auch noch gerade so gereicht, sage ich jetzt mal. Ihr seht den Kopf, die Details und Schatten kommen da jetzt wirklich gut, schon jetzt, obwohl ich den nur grau grundiert habe. Grundfarbe Silber. Für die Silbergrundierung verwende ich dieselbe Farbe, die ich auch schon für die Schrauben der Fallout Nuke verwendet habe. 500ml dieser Farbe kosten nur 9 Euro und deshalb habe ich mir die auch gekauft gehabt. Die Links zu allen Materialien gibt es wie immer unter dem Video. Dieser Schritt ist eigentlich der einfachste, unkomplizierteste, denn ich habe den Kopf einfach gleichmäßig mit silberner Farbe angemalt. Anfangs mit einem großen, breiten Pinsel, da das am schnellsten geht. In die kleinen Ecken und Details kommen wir mit dem großen Pinsel aber nicht so gut hin und ich habe deshalb zwischenzeitlich auch einen kleinen Pinsel genutzt. Alles recht einfach und es gilt nur darauf zu achten, überall die Farbe gleichmäßig zu verteilen und keine Details voll zu kleistern. Mit Details meine ich die kleinen Rillen, die man nicht mit Farbe füllen sollte. Nachdem die erste Schicht getrocknet war, habe ich die größeren Flächen nochmal mit einem Schwamm übermalt. Mit einem Schwamm erzeugen wir keine typischen Pinselmuster und außerdem geht das auch schneller. Die Silberfarbe deckt nicht super stark, umso wichtiger war hier die weiße Grundierung darunter. Hier seht ihr jetzt den T8000 und zwar mit der ersten Farbschicht, dem ersten Farblayer und da habe ich hier so eine Silberfarbe gewählt, wie die so hier im Licht aussieht. Das könnt ihr jetzt hier sehen. Ich finde, das sieht schon wirklich ganz gut aus. Wie gesagt, ist das der erste Layer. Als nächstes werde ich jetzt wahrscheinlich wieder ein Dirty Washing durchführen und dann werde ich mir überlegen, was für Details ich hier reinmalen werde. Natürlich, die Augen werden natürlich rot werden, aber da muss ja, da fehlt generell noch Detail und Farbe. Da muss ich mir noch was überlegen, wie ich das machen werde und was ich da jetzt genau machen werde, wie das Ganze aussieht. Damit geht es jetzt weiter. Dirty Wash und Details Der Terminator-Kopf sieht nun sehr neu aus. Wer das so mag, kann das natürlich auch so lassen, aber ich habe mich dafür entschieden, einen Drecklayer aufzutragen. Dann sieht alles verwaschener und benutzter aus. Ich habe zuerst schwarze Farbe in ein Gefäß gegeben und diese dann sehr stark verdünnt, bis sie so flüssig ist, dass sie wegfließt. Anschließend habe ich sie großzügig über den Kopf gegeben und das war ein Fehler. Denn ich habe festgestellt, dass es zu viel war und ich hier außerdem nicht alles wegspülen kann, ohne den Tisch unter Wasser zu setzen. Panik! Nein, natürlich keine Panik. Ab zum Waschbecken und alles abspülen. Reset, Neustart. Zuerst habe ich mir eine flache Schale besorgt und diese mit einem Cewa ausgekleidet. Diesmal habe ich nur wenig Farbe aufgetragen und diese dann abgewischt. Das ist ein viel kontrollierterer Vorgang, so empfehle ich das zu machen. Ihr könnt jetzt auch sehr gut sehen, wie die Details langsam herausgearbeitet werden. Die schwarze Farbe fließt in die Rillen und gibt dem Modell dann mehr Tiefe und Detail. Einige Bereiche wie die Rillen am Kopf habe ich nochmal gezielt bearbeitet. Auch hier tragen wir die Farbe auf und wischen sie dann nochmal ab. Ich habe hier generell sehr viel herumgespielt und ein Gefühl dafür bekommen, wie viel Farbe benötigt wird und wie diese getrocknet wirkt. Feucht sieht die flüssige Farbe nämlich immer viel kräftiger aus. Wenn irgendetwas schief gehen sollte, können wir es jederzeit auch wieder mit der Silberfarbe übermalen. Experimentiert hier also ruhig mutig herum, ihr könnt nichts kaputt machen. Die Augen waren mir noch nicht dunkel genug. Ich habe Farbe aufgetragen und mit dem Finger verwischt und wenn nötig auch noch mit dem Zewe entfernt. Ich muss schon sagen, dass das irgendwie Spaß macht. Ich empfehle, alle Löcher und Tiefen mindestens einmal anzupinseln. Es ist bei den Zehen habe ich das gemacht, da es eben die kleinen Details sind, die nachher das Gesamtbild abrunden. Nach dem ersten Durchgang waren mir einige Bereiche noch nicht dunkel genug, da die flüssige Farbe natürlich nicht so stark deckt. Es müssen also einige Bereiche mehrfach überpinselt werden. Wie oft ihr das macht und wie dunkel ihr das haben wollt, liegt natürlich in eurem eigenen Ermessen. Der Prozess ist immer dasselbe. Erstmal anpinseln, dann mit dem Zewe eventuell Farbe entfernen und dann noch mit dem Finger verschmieren, je nachdem wie man das eben mag. Ihr habt jetzt vorher gesehen, wie ich quasi dieses Dirty Washing, nenne ich das jetzt mal, hier durchgeführt habe und dabei habe ich hier überall sich, ich sag mal, das Ganze dreckiger gestaltet. Ich habe hier in diesen tiefen Bereichen die Rillen mit schwarz benetzt, quasi, dass da mehr Tiefe reinkommt. Habe natürlich auch über die Flächen gezogen, das heißt, dass alles nicht mehr so ganz glänzt und der Kopf sieht jetzt hier folgendermaßen aus. Bei dieser Technik bin ich natürlich hingegangen und habe auch Stellen berücksichtigt, wo das Sinn macht. Zum Beispiel hier diese Rillen, da diese Bereiche, die tiefen Bereiche, hier die Seiten, diese Schlitze hier oben zum Beispiel, aber auch an der Rückseite hier alles, den Sockel, dass das Ganze so ein bisschen verrust, dreckig aussieht und nicht mehr so neu. Das ist auch immerhin ein Terminator und der ist eben nicht neu vom Band. Das Ganze gibt dem Ganzen einfach Detail ein bisschen mehr Tiefe und dann sieht das Ganze nicht mehr so neu aus. Die Augen. Für die Augen habe ich rote Farbe gewählt, die recht hell ist. Jetzt benötigen wir eine ruhige Hand und einen spitzen Pinsel. Ich muss meine Hand dabei aufstützen, damit ich sie einigermaßen ruhig halten kann. Am besten wird der Pinsel aufgesetzt und dann gezogen, ohne ihn dauernd hochzuheben. Das hat bei mir zumindest sehr gut geklappt und wie ihr sehen könnt, habe ich eine saubere Rundung hinbekommen. Der Schriftzug Vorne befindet sich ein Schriftzug mit der Modellangabe des Terminators, denn es gibt in den Filmen verschiedene Modelle. Der T-800 ist das Modell aus dem zweiten Terminator-Film, wo Arnold Schwarzenegger der Beschützer von John Connor ist. Das ist meiner Meinung nach auch der beste Teil der ganzen Serie. Mein Ziel war es, dass der Schriftzug etwas hervorsticht, aber auch nicht zu stark. Ich habe deswegen eine Kombination aus Rot, Schwarz und Silber vermischt. Die Silberfarbe habe ich deshalb dazugegeben, weil ich den Effekt einfach mal sehen wollte, falls es einen gibt. Einen wirklichen Effekt gab es nicht wirklich, das seht ihr gleich noch. Der Schriftzug sieht mir jetzt allerdings noch zu sauber und rot aus. Meine Idee war es nun, etwas trockene, schwarze Farbe mit einem relativ trockenen Pinsel aufzutragen. Also habe ich den Pinsel trocken gestrichen und dann sanft über die Schrift gepinselt. Da mir der Effekt gefallen hat, habe ich mich dann entschieden, den ganzen Sockel auch noch leicht zu überpinseln, damit da überall etwas Detail und Dreck hinzukommt. Die Schrift sieht aber immer noch zu sauber aus. Also habe ich mich dazu entschieden, die Kanten mit silberner Farbe anzumalen. Das ergibt dann so ein bisschen einen abgetragenen Effekt, bei dem die Farbe abgerieben ist und wir darunter Metall sehen. Ich finde, das ist mir gut gelungen. Wie das so aussieht, habt ihr jetzt hier im Bild gesehen. Gleich im finalen Ergebnis seht ihr das dann alles nochmal genau in einem besseren Licht. Epoxidharz Die Augen waren mir noch zu stumpf ohne Glanz. Ich habe aber natürlich noch viel Epoxidharz übrig, was ich mir eigentlich ursprünglich für die Augen des Groods gekauft hatte. Wieso also nicht einfach mal hier auch ausprobieren? Harz anmischen und auftragen. Dank der Rillen um die Augen herum hält das Harz auch gut an Ort und Stelle und das erste Auge ist mir gleich perfekt gelungen. Beim zweiten Auge habe ich einen Fehler gemacht. Das Harz trocknete jetzt schneller, da es schon ca. 3-4 Minuten angemischt war. Ich habe hier zu lange mit meinem Spachtel im Harz herumgestochert und dadurch dann eine hässliche Stelle verursacht. Verdammt, was nun? Ganz einfach, ich habe das Harz einfach abgerissen und fertig. Dabei hat sich allerdings ein Teil der roten Farbe mit abgelöst. Verdammt. Auf den zweiten Blick sieht das aber dann doch mal gar nicht so schlecht aus. Das eine Auge ist dann einfach leicht defekt. Das lassen wir direkt so, wie es ist und anstatt es neu anzumalen, tragen wir einfach das Harz quasi auf diese abgerissene Farbe auf. Harz neu angemischt und aufgetragen. Fertig. Fertiges Ergebnis. Jetzt kommen wir zum fertigen Ergebnis bzw. jetzt kommt mein finales Fazit und ich zeige euch meinen fertigen Terminator-Kopf. Hier seht ihr jetzt meinen fertigen Terminator-Kopf und die Augen hier, die habe ich auch hier wieder mit Epoxidharz überzogen, dass die eben so ein bisschen hervorstechen, glänzen und herauskommen. Dann habe ich hier, wie ihr bereits gesehen habt, das habe ich ja im Video gezeigt, im Verlauf des Videos. Dirty Wash quasi drüber gegeben, das heißt hier alles so ein bisschen, dass es als dreckiger wirkt, dass es nicht mehr so komplett überall glänzt. Hier innen ist es zum Beispiel schwarz, hier fleckig überall ein bisschen schwarze Striche, so ein bisschen Dreck und so weiter. Und auch in diesen Linien hier sind da natürlich schwarze Farbe, ist da reingeflossen, so zum Beispiel in den Zähnen, das gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Kontur. Was ich jetzt auch noch gemacht habe, ist, ich habe hier den Schriftzug angemalt. Erstmal so mit Rot hatte ich den angemalt und danach habe ich eben noch so Silber dazu gefügt, dass das so ein bisschen abgebröckelt aussieht und vermacht eben. Das habt ihr ja gerade aber alles gesehen, das habe ich ja detailliert gezeigt. Das ist jetzt hier auf jeden Fall das Endergebnis. Mir gefällt es, ich finde, das ist gut geworden und ihr habt jetzt gesehen, mit welchen Techniken ich das Ganze hier bemalt habe, was ich benutzt habe, wie ich es gemacht habe, das habe ich zuvor ja alles gezeigt. Das war auf jeden Fall ein weiteres Ender-3-Video von mir, beziehungsweise ein Video meiner 3D-Drucker-Serie. Eine Materialliste und den Artikel zu diesem Video findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da gibt es dann eventuell noch ein paar mehr Informationen und eben Nachträge, die kann ich im Video natürlich nicht machen. Das war es jetzt auf jeden Fall von mir. Ich hoffe, das Video hat dich inspiriert zum Malen, beziehungsweise hier auch mal was Ausdruckerungen anzumalen. Nur Mut, seid kreativ. Das war es von mir. Ich bin raus und wir sehen uns im nächsten Video. Danke. Danke. Danke.